Wer so naiv ist, dass er seinen Kindern eine Industrie überlässt, die mit Krankheit Geld verdient, der hat seine Kinder nicht verdient. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüse und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir ziehen uns im Video rein, kleinen Ausschnitt von Ken Jebsen. Nicht tun ist keine Option, Ken Jebsen. Ich mag den Mann und ich würde ihn gerne auch mal in einem Gespräch haben. Vielleicht bekommen wir das irgendwann in unserem Leben nochmal hin. Wäre ich auf jeden Fall dankbar und würde mich freuen. Aber jetzt ziehen wir uns mal hier den Ausschnitt rein. Daumen hoch, da lassen, Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Natürlich, meine lieben Freunde. Und los. Das ist zum Beispiel einer von den Kandidaten, die für mich persönlich in Deutschland sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen finde ich es auch extrem schade, was da so passiert ist und dass es den Kanal Ken Jebsen auch nicht mehr gibt. Ich finde es geil, dass er jetzt wieder einen neuen Kanal hat, aber gegen was für Mühen solche Menschen zu arbeiten haben, ist halt einfach wild. Nur weil der eine andere Meinung hat. Daran merkst du halt, dass diese Seite, wenn du da ein bisschen eine andere Seite vertrittst als der Mainstream, dann wirst du hart bekämpft. Und deswegen, diese andere Seite vom Mainstream, diese alternative Seite, muss einfach viel, viel größer werden. Sodass nicht mal dieser Kampf zwischen beiden stattfindet, sondern dass man sich selbst entscheiden kann, okay, zieh ich mir das rein, zieh ich mir das rein. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Keiner wird bekämpft irgendwie so, weißt du. Das würde ich mir wünschen. Ich muss mir ganz ehrlich überlegen, ob ich darauf eine ehrliche Antwort geben darf. Wenn ich eine ehrliche Antwort geben darf, wird die euch nicht gefallen. Auf welche Frage aber, habe ich jetzt nicht gehört. Also, als ich angefangen habe mit KNFM 2001, hatte ich auf meiner Seite gleich geschrieben. Schicker Hut auch, Digga, fühle ich. Unter dem Kassandra-Komplex. Was ist der Kassandra-Komplex? Die Zukunft kann sie aber nicht verhindern. Ah, sie sieht in die Zukunft, kann sie aber nicht verhindern. Uff. Bild. Das heißt, ich bin, mein eigener Beruf besteht in der Mustererkennung. Das ist also keine hellseerische Fähigkeit, sondern ich weiß einfach bei Jahreszeiten, welche nach der nächsten kommt. Ich versuche das zu überblicken. Woher weißt du das? Ich weiß aber, nach Herbst kommt Winter. Echt jetzt? Ja, ja. Und so funktioniert auch Macht. Das ist eine der gefährlichsten Leute für die Regierung und für das Mainstream-Narrativ und für diese ganzen Sachen. Das sind Menschen, die viele Informationen haben, die tausende Bücher gelesen haben, sich mit tausenden Menschen unterhalten haben und dann noch ein Gefühl haben und Zugang zu ihrem Herz haben. Weil die Leute sehen das einfach, was gerade passiert. Und die müssen auch ihr Maul dann aufmachen. Und das ist einfach sehr gefährlich. Deswegen werden solche Leute auch sofort gecancelt. So. Immer. Immer. Ich möchte mit den Vorrednern auch juristisch und auch medizinisch sagen, ganz großartige Arbeit. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen, weil sie das nicht sehen wollen, weil es ohnmächtig macht, ist der Groschen nicht gefallen. Was passiert denn hier eigentlich? Hier wird Machtergreifung vorbereitet. Das ist die totale Machtergreifung. Und niemand kann heute sagen, na, wenn die genau das machen, was andere schon bei Machtergreifungen gemacht haben, was kommt dann wohl dabei raus? Na, Machtergreifung. Und da bin ich bei Rudi Dutschke. Das Maß der Gewalt bestimmt die Gegenseite. Ich glaube, dass wir nicht dahinter vorbeikommen, den Pharmakonzernen, den Politikern und der Presse zu sagen, wenn ihr euch, unseren Kindern mit einem exponentiellen Mittel wehrt, dann werdet ihr eine Antwort bekommen, die bleibt euch im Gedächtnis. Und die wird nicht friedlich sein. Wer nämlich glaubt, dass er mit Argumenten weiterkommt, der ist total naiv. Die gehen ja nur deswegen so weit, weil wir so gezüchtet sind, dass wir denken, das können die doch nicht machen. Wie weit gehen die denn? Na, die gehen bis Auschwitz. Ist so. So weit gehen die. Und was wir hier haben ist, wir sparen uns den Tierversuch. Das ist das, was die tun. Und dann überlassen wir denen unsere Kinder mal sehen, was draus wird. Wer so naiv ist, dass er seinen Kindern eine Industrie überlässt, die mit Krankheit Geld verdient, der hat seine Kinder nicht verdient. Der Typ spricht mir einfach aus der Seele so oft. Wenn ich kein Zuhöre, dann geht es mir gut. Ich fühle mich da nicht alleine, weißt du? Ich fühle mich da nicht alleine, bro. Ich bin dann stolz irgendwie. Ich denke dann, ja, Digga, es gibt noch mehr, die so sind. Es gibt noch mehr, die auch einfach, die sagen, was sie denken. Und die wirklich das Beste für die Menschheit im Interesse, das spürst du einfach, Digga. Das ist irre. Das ist einfach irre. Und darauf zu warten, dass die entsprechenden Personen dann moralisch handeln. Wer von den Politikern, über die wir heute reden, und Medien kann dann von sich behaupten, der ist unabhängig. Wer von denen kann, der wird bestimmt nicht irgendwie erpresst, dem vertraue ich noch. Wir können doch an unserem heutigen System eins sehen, der Staat wird noch gebraucht. Und zwar die staatliche Gewalt, um private Interessen durchzusetzen. Denn was ist es denn eigentlich, wenn eine WHO, also eine Weltgesundheitsorganisation, von privaten Sponsoren okkupiert wird? Was machen die? Das sind dann die privaten Interessen und nicht die Interessen der Welt. Dafür gibt es ein Wort. Das ist Korruption. Muss man das doch anders verkleiden? Was soll denn das? Das ist Korruption. Das sind einfach Fakten. Wenn du sowas sagst, dann bist du ein verrückter Verschwörungsmystiker, wirst du irgendwelche Ecken reingedrückt und gecancelt, Digi. Da sind wir angekommen, Freunde. Und ich will, dass Leute das checken und das sehen und merken, egal, auch wenn sie eine andere Meinung haben, Bro, dass sie sehen, dass du nicht eine andere Meinung haben darfst. So. Und das sollte jedem Angst machen. Egal, welchem Spektrum du zugeordnet bist. Ob du rechts, links, grün, blau, rot, orange, egal, was du wählst oder bist oder tust, so. Wenn wir in eine Gesellschaft kommen, wo du nicht mehr sagen darfst, was du denkst und wo eine Seite komplett ausgeblendet wird, dann sind wir im Faschismus wieder, Digi. Und da muss sich jeder mal wirklich fragen, gerade jeder deutsche Bürger mal fragen, ob der wirklich da wieder hin möchte. So. Und da müssten wir eigentlich als Volk alle an einem Strang ziehen. Und das sind auch kapitalistische Interessen. Das ist das Ende des Kapitalismus. Man kann nämlich am einzelnen Bürger mehr Geld verdienen, indem er die Krankheit pro Person hochfährt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass das Tragen eines weißen Kittels automatisch ein Garant ist für moralisches Handeln. Das ist nicht... Boom. Schwörst dir. Genau so ist es. ...der Fall. Und im Dritten Reich waren all diese Rassemaßnahmen, Eugenikprogramme, wissenschaftlich gestempelt. Wie lange wollen wir warten, um zu sehen, ob das, was wir dort sehen, ob es das ist? Diese Technik, dass man das, was man sieht, nicht glaubt, das nennt sich Gaslightning. Das ist eine Propagandatechnik. Das ist eine Propagandatechnik. Und dieses gesamte System ist eine Titanic mit der Schräglage. Diese Titanic geht natürlich nicht unter, weil sie ist unsinkbar, stempelt die Regierung. Und wer in ein Boot steigt, ist ein Schwobler. Schwobel in den Männ, Alter. Wir sind da. Meine Schwelle übertritt mit einer Spritze, um sie meinem Kind zu geben. Mal sehen, was daraus wird. Bekommt er eine Antwort, die er nicht vergessen wird. Ganz einfach. Genau so eine Männer brauchst wieder, ich schwör's dir. Ganz einfach. Get the fuck out of here. Das sind meine Kinder, mein Körper. Ich entscheide, was ich tue, was ich nicht tue. Keiner kann mir irgendwas erzwingen. Ja okay, dann machen wir es halt so, dass du nicht mehr zur Arbeit gehen darfst, wenn du dich nicht impfen lässt. Und machen es so, dass deine Kids nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen dürfen, wenn du nicht die Spritze nimmst und diese ganzen Sachen. Und versuchen uns von hinten dann diese Spritze rein zu jagen. Aber es ist einfach wichtig, dass wir dann sagen, nein. Ist mir egal. Gott ist mit mir. Ich nehme alles in Kauf, was ich in Kauf nehmen muss dafür. Aber ich bleib frei und ich bleib selbst entscheidend. Und ich sage selber, was ich mir reingebe in den Arm oder nicht. Kein Staat, niemand kann mich dazu zwingen. Und allein das, wenn das schon kritisch ist und wenn das irgendwie nazimäßig, schwurblertechnisch, was auch immer ist, dann merkt ihr, wo wir angekommen sind. Dann merkt ihr, wo wir angekommen sind. Und dass das die Leute nicht gesehen haben, das fand ich krank. Da wurde mir bewusst, wie die Gesellschaft tickt so. Und wie die Dinge damals passieren konnten und so. Weißt du, wie ich meine? Da ist einfach Schluss. Und wenn wir glauben, dass wir mit reinen Argumenten weitergehen, das kann man auch machen. Aber die Pharmafirmen sind genauso in der Verantwortung. Und zwar auch die Aktionäre, die daran verdienen. Das ist ja auch eine Spaltung in der Gesellschaft. Irgendjemand verdient daran. Aktionäre verdienen an diesem Versuch. Und ich möchte eine Prognose aussprechen. Niemand von denen, der ein Aktionär ist, gibt diese Mittel seinen Kindern. Facts. Einfach Facts. Ganz klar. Hundertprozentig. Ist einfach so. Glaub mir das, Digga. Diese ganzen Kinder von, egal ob es jetzt Biontech sind oder diese ganzen anderen Unternehmen, die da mitgemischt haben. Aber auch selber Bill Gates, selbst Bill Gates und diese ganzen WEF, Klaus Schwab und auch Politiker-Kinder und so. Glaubt mir mal, dass die nicht geimpft sind so. Glaubt mir das mal. Hundertprozent nicht. Niemand von denen hat einen nicht manipulierten Impfpass, wo er sagen kann, ich habe das auch genommen. Natürlich nicht. Das ist ein Intelligenztest. Und diese Mittel sind experimentell. Und wenn die Ergebnisse der Forschung abgebrochen werden, heißt das nur eins. Sie haben etwas zu verbergen. Muss man das noch dicker auftragen? Und was wollen wir eigentlich unseren Kindern sagen? Hätte man das ahnen können, dass die mit uns... Ja, Digga, hätte man. Jeder Mensch, der noch einen Zugang hat zu seinem Gefühl. Wusste das. Aber die meisten Menschen sind in ihrem Handy gefangen. Und in irgendwelchen anderen Welten gefangen. Wissen gar nicht mehr, wer sie selbst sind. Geschweige denn noch, wer um... Was um sie rum passiert. Weißt du, wie ich meine? Jeder Mensch, der nur ansatzweise noch ein Gefühl für sich selbst hat. Hat gespürt, dass da irgendwas im Busch... Was irgendwas im Busch ist. Was gefährlich sein könnte. Eventuell. Nicht muss, aber könnte. So. Und das ist auch so. Jeder Mensch, mit dem ich mich unterhalte, der... Ähnlich bewusst unterwegs ist. Ein ähnliches Mindset hat und so. War skeptisch bei dieser Thematik. Jeder. Jeder, den ich fühle. Jeder, wo ich merke, oh geil, wir haben Parallelen, wir haben ähnliche Ansichten. Der weiß noch, wer er selbst überhaupt ist. Das ist einer, der versucht, ein guter Mensch zu sein. Versucht, die Wahrheit zu sehen und zu sprechen. Und versucht, hinzugucken. Die sind alle nicht geimpft. Ich habe da nicht einen, der... Ich spüre das. Ich merke das eigentlich sofort, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ob der eventuell geimpft ist oder nicht, Digga. Das ist einfach so. ...rechen liegt daran, weil sie mit uns nicht ins Gespräch kommen wollen. Und das ist bei der Justiz genau wie bei der Presse. Das ist eine Verweigerung der eigentlichen Aufgabe. Dann haben sie diese Aufgabe auch nicht mehr verdient. Dann holen wir uns unsere Medien und zurück. Und wir sollten diese Pharmafirmen besetzen. Was hier stattfindet, ist eine Kriegserklärung gegen die Menschheit. Ist euch das klar? Das ist das, was hier wirklich läuft. Und wenn die üblichen Verdächtigen, die bisher sehen, wie weit sie kommen und sind wahnsinnig weit gekommen... Wir sind mitten im Krieg. Das haben die Leute noch nicht verstanden. Ja, wir haben auch physischen Krieg jetzt gerade in vielen Teilen der Welt. Aber wir auch. Wir befinden uns mitten in dem Krieg. Jeder von uns. Jeder von uns. Wer das noch nicht verstanden hat, der ist einfach nicht bewusst genug so. Aber es findet ein spiritueller Krieg statt zwischen Gut und Böse. Und der wird immer intensiver. Und der wird auch immer offensichtlicher. Und manche Menschen brauchen es halt direkt vor ihre Fresse, damit sie sehen und aufwachen. Aber die Leute, die hinhören und hinsehen, die sehen das, merken das, spüren das. Das ist einfach gerade so. Und deswegen, wir befinden uns in heftigen Zeiten gerade. Wir befinden uns in entscheidenden Zeiten, wie die Zukunft aussieht. Und jeder Einzelne von uns trägt da was zu bei. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Weil wir uns wie Schafe benehmen. Ist es wirklich unser Ernst, dass wir erneut nach Corona neue experimentelle Mittel an uns ausprobieren lassen? Vielleicht sogar alle paar Jahre? Und vielleicht nur ein Hinweis, das ist ja organisiert. Diejenigen, zum Beispiel eine Cornelia Beetsch, die für die WHO im Kanzelamt die Pandemie-Regeln mit durchgeboxt hat. Und die Verhaltensregeln sitzt jetzt in einem neuen Institut an der Uni Erfurt für Planetary Health. Also Impfung und Klima. Das ist ja komisch, ne? Mit dem neuen Klima kommen auch neue Krankheiten. Und dagegen muss man impfen. Und der Bill Gates sagt das auch. So, wer hat das bei uns gesagt? Tagesschau im Fernsehen. Mensch, der ist ein Milliardär. Verstehst du? Der Bill. Der Billy Boy. Da müssen wir drauf hören. Hallo. Okay, das ist Korruption. Das ist ein Krieg gegen die Menschheit. Und Demokratie bedeutet, dass jedes Individuum gehört wird. Und Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will. Sondern, dass ich nicht machen muss, was ich nicht will. Das ist Freiheit. Ich küsse dein Herz. Wer das ganz kurz kassiert. Jebsnidin, man hat da. Wer das ganz kurz kassiert, vorübergehend dauerhaft. Ich nenne ihn das, was er... Er ist ein Menschenfeind. Das ist ein Menschenfeind. Der behandelt uns wie Maschinen. Ich bin keine Maschine. Und ich werde mich dann zur Wehr setzen. Und wenn ich der Einzige bin, ich werde mir das nicht... Bro, ich bin da. Ja, vertrau mir, Digga. Ich weiß nicht, ob ich für meinen Chat reden kann, aber ich bin da, Bruder. Aber sowas mit allem. Ich werde mich vor meine Kinder... Ich bin voll bereit zu sterben. Voll. Aber so richtig, von ganzem Herzen, Digga. Das glaubt ihr mir nicht, ne? Viele Leute labern ja nur irgendwelche Sachen vor sich hin, so. Aber ich... ...meine das wirklich ernst. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Ich bin kein Tierversuch. Tut mir leid. Fertig aus, Bro. Fertig aus. Hätte ich dafür kämpfen müssen, dass... Wenn die wirklich mit fucking... Leuten... ...bei den Leuten zu Hause reingekommen wären und gesagt hätten, das ist jetzt Impfpflicht und du musst dich jetzt impfen lassen und so. Bro, ich hätte das... Ich wäre lieber gestorben. Ganz klar. Hört sich hart an, ist aber so. Ich küsse euer Herz. Wichtige Menschen. So ein Ken Jebsen. Ganz wichtiger Typ, finde ich persönlich so. Er sagt es einfach so, wie es ist. Bist du geimpft? Oder? Wie gesagt... Bevor ich mir eine Corona-Impfung reinjage, sterbe ich. Ich bin bereit, mit meinem Leben dafür zu bezahlen. Das hört sich für euch krank an, aber es ist so. Deswegen, nein, ich bin nicht geimpft und ich werde mich niemals gegen eine Grippe impfen lassen. Niemals.